Ja, so typische Jugend von heute mit Pirsing und modische Grammutter. Das sind halt die, die in der Disco Party machen oder sonst irgendwas. Und dann geht's halt um Wodka und was weiß ich was. Ich sauf da nicht viel. Die haben die Hose auf Alpmast. Die Hose ist so viel groß, wie mein Hut heute zu klein ist. Und da sieht man sich recht... Du, hier genau das coole Laufen. Die laufen zur Brauchphysik, genau. Die haben alle nichts mehr in der Penne. Wenn ich bloß noch höre, dann kriege ich echt offene Socken. Bei manchen Sachen frage ich mich manchmal, wie die mal irgendwann meine Rente zahlen wollen. In meinen Augen viel zu viel Dschungelmusik. Ja, hauptsächlich... Das ist eher nur Bass und bum bum bum. Ich würde sagen, die Hauptsache hört eher so... Das ist Hip-Hop. Ja, Hip-Hop. Die Hip-Hop? Kajaski. Ja. Nix für mich. Kajaski. Und auch quasi. Ich würde sagen, die Hose ist das geil. Einen 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 Einen